So Leute, Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier in der Zwischenzeit jetzt... Es warnt vielleicht 2 Minuten. Oder vielleicht länger. Ja, habe ich hier jetzt die Truppen abgelagert dort. Hab die Transporter dann hierher geschafft. Und hier jetzt mal ein paar Dramat draufgelegt. Und ja. Soweit dazu. Ich weiß aber nicht, ob ich mit den Scheißviechern jetzt hier noch... ...ne weitere Landfabrik bauen soll. Hm. Hm. Sieht man schon, das Verbrauchte ist auch hier. Vielleicht war ein kleines Spot. Uh. Uh. Ich weiß schon, was wir jetzt machen. Wir schicken die alle dort mitten rein gleich schon mal. Geil, die gehen einfach dann dorthin. Geil. Meine kleinen Minis. Aber ich glaube, die werden hier eher ausrägen, die... ...panzerten hier. Da tut sich was. Uh. Die wollen meine Einheiten angreifen. Auch nett. Was? So weit können die fetzen oder was? Ah. Die können ja richtig rein fetzen. Ähm. Ja. Ich hätte jetzt vor, einfach gleich anzugreifen. Mir ist eh egal. Ne, wisst ihr was? Wir machen das einfach so. Wir lassen sie jetzt hier. Das sind unsere Transporter. So, unsere Kriegsbottis. Die sind schon hier richtig zack. Ich weiß noch nicht, wo wir die hin... ...dingsen sollen. Ja, das verbessert die FPS richtig geil. Schon müssen wir mal echt ne Grafikkarte zu kriegen. Vernichten Sie den feindlichen Commander. Alter, wie das leh. Ja, ich sende da dauernd irgendwelche... ...leichten Bottis, die sofort hin sind immer. Ich bringe meine Artillerie-Geschütze hier. ...feuern so Raketen die ganze Zeit auf die Idee. Ganz wohl, super. Wie zu sagen. Von ihm. Ach egal. Alter, wie viele Einheiten sind jetzt drauf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mal zwei, vierzehn Einheiten. Okay. Ich greife immer gern. Lieber mit Artillerie an. Hm. Okay. So. So. Dann... ...sehen wir gleich. Wenn die füllen sind. Hm. Ich glaub, die wollen näher kommen sogar jetzt schon. Nice. Hm. Siebzehn, neunzehn. Okay. Dann... Ja. Wieso nicht? Ich hab' dacht, das ist so. So. Na... So. Wie viele haben wir jetzt hier im Gepäck? Kann man nicht sehen. Ich kann nur sehen, wie viele das da so sind. Alter, wenn man so ein bisschen raus und wie krass das aussieht. Das frisst so mega viel Leistung, ey. So und gleich mal zurückfliegen. Hm. Das produziert einfach die ganze Zeit so nen Scheiß. So nen scheiß leichten Angriffspot und dann kommt der immer zu denen. Was ist denn der schlechte Angriffspot? Alter, wie sehen... Wie viele sehen die aus? So, ich glaub' das war's dann... ...bald... ...dem... nur in das ranft. ...zum... ...zu viele. Oder... ...naja. Vernichten sie den feindlichen Commander. So, warte noch, ich tue noch einmal die Vollfüllen alle und dann greife ich an. Wie das aussieht, wie ein Schülster. Sieht mega geil aus. Die Folge dauert jetzt auch schon ein bisschen länger. Na, ein bisschen länger als mit Minuten. Ja, die produzieren nicht schnell genug. Das ist das Problem hier. So läuft's. Das Team, na das Team 2, die soll den mal supporten. Und der Commander, der soll das supporten. Man sieht ja schon schön, dass das hier richtig runter geht. So, jetzt den supporten hier. Achso, der ist schon fertig, okay. Warten Sie darauf, dass der feindliche Commander zu Ihnen kommt und sich vorstellt? Vernichten Sie ihn! Ja, Mann, ich habe gesagt, warte, du kleiner Drecksack. Dauert halt eine Weile! synergenden Weil ... Man sieht hier noch unten. Siebenhalbe Leitung, nur wenn ich drauf bleibe. Ähm, wie lange der fliegen kann, da unten diese Benzinerzeige, die was hier so ist. Hm, ja, der verbraucht 250 Energie, aber ich hab hier genug einkommen mit ihm. Also vom Schild her. Braucht das, wer jetzt sich halt jetzt fragt. Hä, okay, egal. Dann greift mir mal an jetzt endlich. Hier noch ein kleiner rein. So, und die supporten den nochmal schnell. Und dann... Oh, der ist schon da. Ähm, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Alle auf ihn gehen. Fuck, lag das. Krass. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt.